Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei mir, TR Pictures Gaming, bei The Crew. Hier geht es auch direkt weiter, bei diesem tollen Rennen. Unter die ersten drei müssen wir kommen. Es macht irgendwie richtig Spaß, jetzt hier so ein richtig schönes, langes Rennen zu fahren. Boah, das ist schon echt cool. Oh, wir sind Zweiter momentan. Allerdings sind wir auch erst beim siebten von 110 Checkpoints. Na, da ist der Achtung. Im Moment läuft es ganz gut, trotz des kleinen Defizits, was wir hier haben mit der Höchstgeschwindigkeit. So, da müssen wir jetzt dann aber doch noch hochkommen. Ah, scheiße. Ah, gut, wurde noch bezählt. Das ist sehr schön. Hoch, was ist denn das? Achso, ja klar, das ist der andere Wagen. Deshalb können wir hinten durchs Fenster was sehen. Das ist nicht die Dirt-Bersion. So, jetzt sind wir der Dritter geworden. Ich hoffe, wir können die überholen. Ja, den Challenger haben wir überholt. Jetzt ist nur noch der Skyliner nach vorne. Den Krieg haben wir auch gleich überholt. Gut, gut. Ja, star. Was uns aber trotzdem leider nichts bringt, denn... ... 100 Checkpoints will ich uns machen. Cooler Baum. Das war mein Cool-Jump. Allerdings, bitte, 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 möchte ich jetzt wieder in die Spur kommen. Oh, scheiße. Toll. Tja, und da haben wir jetzt nämlich wieder das Problem. Alle überholen uns direkt und... ... wir sind allerdings nicht so schnell. Ahaha, ein Loser. Tja. Die Challenger auch wieder überholt. Allerdings überholt er gleich schon wieder, der ist halt dieser Nissan 370Z, oder was das ist. Links. Ja. Ach, ich ne... Wer hat die Pussi? Äh, die Pussi. Alissa... ... klingt eher wie Frau. Ja, man sieht, äh, wir geben, äh, wir geben, äh, oder ich gebe hier Vollgas. Und, äh, die Tachonadel geht nicht annähernd auf die 220, die der Wagen theoretisch... Ach doch, ach so, ach so, das sind, das sind, das sind viel mehr, das sind 250, oder so, die dort entstehen, ne? Aber 220 müsste der eigentlich, äh, erreichen, denke ich. Ich meine, so schnell ist der. Ich meine, wir haben auch noch einen ganzen Gang über. Scheiße. Das war jetzt wieder richtig. Hm, Mist. Ah, jetzt, ja, dann. Toll, jetzt überholt mich der Bespieler noch. Hm, okay, wir fahren noch ein Stück wieder weg. Das ist gut. Wir sind auf dem besten Weg auf zu Hause, aufsitzen. Mani-Tor. Ah. Ah. Oh, er sagt, nein, 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 nein. Oh, gut. Den hätten wir für das erste. Scheiße. Und das hat gehalten. Ah, das ist schon wieder zweit. Oh, gut, da kommt wieder auf. Hui. Das hatte ich ja jetzt schon bei einem Rennen so ein bisschen Probleme mit. Und noch sind wir dritter. Oh, scheiße. Schon wieder da runter ist, glaub ich es nicht. Warum haut das mit den Kurven hier nicht mehr hin plötzlich? Ich glaube auch halt einfach in der Beta noch anders, dass es schwer sich da dran zu lösen, dass es halt hier jetzt wieder eine ganz andere Nummer ist mit der Steuerung. Ich denke, das wird mit dem Lenkrad auch nicht viel besser werden. Aber haben wir dann vielleicht eigentlich wenigstens unsere Höchstgeschwindigkeit, die wir erreichen können. Und ich sag schon, ja, gar nicht mehr erst was dazu, dass der Triple Triple wieder hier überholt hat, so. Das war mein Angriffshupen, Mann. Das war die Kampfansage. Vollgas, los. Och, ey, jetzt wie er hier die Schilder runterkriegt. Voll der unfreundliche Typ. Oh, der Tussi ist das ja. Das scheint ja immer noch zu sein. Das scheint ja eine Sieg zu sein. Denk da immer wieder nicht dran, dass es ja scheinbar eine Sieg ist. Aber es ist doch immer wegen dem, weil ich das immer nach dem Auto irgendwie die Leute benenne. Und das ist halt der Challenger. Alter. Die hätte auch mal ruhig von der Straße fliegen können, hier. So, jetzt aber. Was ist das cool ist? Ach, das ist die Drag-Rennbahn. Okay. Und da hat sie mich schon wieder überholt. Ach, wo ist jetzt? Achso, doch. Ich komme auf 226 sogar. Dann wahrscheinlich so auf 230 kmh hier. Das macht mir sehr schwer. Nein. So. So, dich lass jetzt nicht runter. Ja. Ich lass nicht runter. Ja. Ich fülle den Nusswender. Der Ethan. Mit seinem alten Charger da. Ja. 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 Ja, Mann. Das haut doch an. Und überholt. Haha. Fuck. Jetzt haben wir ja auch. Ich sollte mal wieder aufhören, hier zu fluchen. Ah, gut. Noch gekriegt. Ich muss echt doch immer wieder Nitro nehmen, damit ich hier nicht überholt werde. Direkt. Ich muss echt doch immer wieder Nitro nehmen, damit ich hier nicht überholt werde. Ich muss echt nicht überholt werden, damit ich hier nicht überholt werde. Ja. Jaaa, super. Nein! Na gut, ging, ging. Jetzt ist jetzt nur Plus 4. Die Spur kommt gut. Gut, gut, gut. Da kommen wir einfach so durch. Das war wohl nix. Ich hoffe, wenn ich da jetzt nicht mehr aufhören kann. Okay, ich hab ja noch etwas über 90 Checkpoints Zeit. 93 schon genau zu sein. 92 jetzt. Und ich wurde auch nicht überholt. Also so gesehen. Jetzt Gas gerichtet. Was ist, was ist, was ist, was ist. Da mich jetzt wieder einer gerichtet. Dann drehe ich richtig durch. Scheiße. Schon wieder so ein fieser Kopf. So, diesmal frühen und eindenken. Genau. Echt, das hat trotzdem nicht gerecht. Ich glaub das. Ja und gleich wieder ganz quer bestellt. Und direkt überholt hier wieder. Ja, einfach wieder direkt dran vorbei. Obwohl ich dann auch jetzt noch... Ah, hallo? Ja, und der schafft das auch noch gleich hier wieder auf. Ja, und wieder. Oh, das ist fast der Strecke. Und hier sind wieder Probleme aufzuholen. Aber danke. Oh, danke. Danke. Das war jetzt mal hilfreich. Na, mit Nitro geht's. Deshalb einmal wieder. So. Hier ist so blöd, ich sehe gleich vier fünf da, ne? Ja. 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 Ja, und dann, ja, ja. So, dich holen wir einmal weg hier. Noah. Ey, geht's nicht. So. Weg. Dann die Kurve kriegen. Ja. Ja, hat irgendwie etwas hingehauen. Naja. So. Ähm. Äh, okay. Da. Ah, ne, doch nicht. Ja, okay. Gut. Da geht er weg. Äh, ja. Auch gut, ne? Ach, da. Da ist dich. Okay. Es gibt doch eine Straße, folgt mich schon grad beschweren. Juhu. Den haben wir überholt. Dann sollte es auch etwas leichtes sein, die anderen wieder zu den anderen aufzuholen. Zeit. Zweiter bin ich schon mal wieder. Aber, aber, aber. Das heißt noch gar nichts. ja oder war ich eben schon soviel auf die straße geriebt kommt zwar nicht so gut rüber aber egal ja toll den krieg jetzt auch wieder nicht kann jetzt auch wieder nicht mehr abhacken der wird mich überholen oder sie dass er die alissa ist da komme ich rum super und wieder vorne oder auch nicht hier hinten rein ging auch nicht mehr 200 fahren wir immerhin so jetzt aber noch mal gas hier ich weiß es ist ich weiß es ist Flossen wir wohl mal wieder erstmal. Aber es sind ja noch genug Checkpoints da. Sollte Maschine kriegt, während wir wieder aufhören. Wasu zu sehen? Salvador! Wegen der Flossen des K Citizens! Was? Mehl Scheinen Ja doch, wir scheinen wieder in Chicago zu sein Oder? Das ist doch nur Ne, wir waren noch gar nicht hier Quatsch, wir waren hier sowieso oben in der Ecke in Chicago Ne, wir sind wieder in Chicago Nun hier an diesem Kunstpark fahren wir gerade längs Toll, da muss ja nicht die Ampel umfahren Oder sie Scheiße, das ist Kurve, 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 kurve Ja, wieder reingesetzt So, mal richtig toll, wenn man so ganz kurz vor der Kurve reingesetzt, so dass man das jetzt mal realisieren muss, welch richtig man gerade fährt und so Das ist ganz toll Den Film machen muss So, links rum Super So, ich bleibe unter den ersten drei Und rum So 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 Nein, nein, nein! Natürlich ja genau rein ins Taxi. Ja, und jetzt auch noch hier links vorne, oder was? Ich mein, okay, ich bin ja schuld, aber... Mr. Paul, ich will gleich nochmal Nitro. Aber ich muss rechts rum. Das heißt, kein Nitro, sondern... Boah, die Frau dürfte das nicht geübt haben. Oh, bitte, 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 ich will was schaffen. Okay, ich hab noch ganz viele Checkpoints vorne, ja. Oh, scheiße. Hier auf die Straße. Ja, da war man... Ist hier so rangebracht. So, vor ihm. Vor ihm. Ja. Sehr gut. Ja. Ich liebe immer noch diese Soundkulisse. Autos vorbeifährt, wenn der irgendwie laufende Sieg fährt, ist schon gut. Ja. Ja. Und dann... Um... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018